Hier wird uns auch nie jemand finden. Herzlich Willkommen zum neuen Video. Ja wir müssen heute ein bisschen schneller machen, weil vor uns waren irgendwelche. Wir möchten nämlich heute uns den Bunker angucken. Ja auf jeden Fall müssen wir uns deswegen ein bisschen beeilen, damit wir vor dem da sind. Das sind auf jeden Fall schon mal oberirdische Bunker. Die Türen Alter. Aber oben können wir durch die Löcher auf jeden Fall reinkriechen, wenn es nicht anders geht. Das müssen wir. Da geht es auf jeden Fall rein. Akku für den Strada aus meiner guten Mickey Maustasche. Minimum. Ich starte das jetzt einfach rein. Ja, rot rein. Brauchst du Hilfe? Soll ich die Kälmen nehmen? Ja die Kälmen. Kälmen. Aber luftdicht schließen die Tore auf jeden Fall nicht. Guck mal, da ist eine Leiter. Da müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall ja. Oh hey, hier guck mal. Sieht ja total geil aus. Das ist schon echt heftig. Kann man da noch irgendwas bewegen? Guck mal, da können wir auch hoch. Mega geil. Der ist schon anders. Was meinst du, die stand hier drin? Panzer? Ja. Guck mal. Kannst du mal an so einem dicken Decker bis hier oder bis hier? Alter, es geht so weit. Alter, es geht so weit. Er ist einfach überall. Hey, das ist übelst geil hier. Guck mal, da hängen sogar noch die Lampenfassungen und so. Krass. Die sehen sogar noch richtig gut aus. Da war bestimmt Diesel für die Generatoren oder damit Luft gedenkst wurde. Also hier geht es noch ultra viel weiter. Da auch. Ich würde sagen erstmal hier, oder? Ja, aber da geht es ja noch immer weiter. Ja, denke ich mal. Keine Ahnung. Wir fangen einfach vorne an. Ach scheiße. Das geht immer weiter. Ja, das geht immer weiter. Wenn da. Bei ihr geht es mal weiter. Das ist ja schon ein bisschen geil. Es ist nicht mehr alleine. Hier müssen wir doch hoch, oder? Nein, hier waren wir noch nicht, oder? Das sind die von eben, glaube ich. Ja, ich denke. Hey, die waren auch jung. Aber das war schon irgendwie so ein bisschen creepy, wir stehen da so im Dunkeln, wir sind nicht mehr alleine, Alter. Das braucht, dass die Finger nicht einknicken. Hier wird unser Handy jemand finden. Wir sind auf dem Dach. Wir sind auf dem Dach? Ja! Das ist doch geil. Geil! Ja! 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 Ja, ansonsten hier ist es noch schwerer durch. Ja! 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 Wir sind auch von da unten rein und hier jetzt raus gekommen. Weil das ist ja riesig hier unten drin. Da drüben soll da oben ein Eingang sein. Nein, eigentlich nicht. Ich kam gerade zwei vorbei, die sagten hier vorne ist noch ein Eingang. Okay. Ne, die haben gezeigt, da drüben gibt es noch einen Eingang. Haben wir es doch gerade gezeigt? Da drüben ist noch ein Eingang. Alles klar. Komm! Wir gehen jetzt los. Kann man da drunter gehen? Ja! Bedingt, eben auch, jedenfalls. Gut. Was? Die spürt aus, aber ich habe Bock. Okay, na denn? Dann habe ich auch Bock. Das sieht hier selber aus. Das sieht besser aus. Guck mal, wie das sieht aus. Das ist schon gut. Aber da unten ist auch geil. Hier gibt es übelst viele Löcher. Ja, aber das sieht auch ganz ganz nice aus. Guck mal rein. Ich finde es ganz cool. Oh, das sieht übelst geil aus. Ja, deswegen. So, ich gehe mal kurz gucken. Wollen wir denn aus dem Loch wieder rauskommen? Ja, wenn das klappt, Alter. Dann suchen wir uns den Weg. Ja, wir suchen den Weg. Wir klettern durch das Loch rein. Ich habe Bock. Ich auch. Vielleicht die Treppe festhalten, oder gehts? Ne, passt alles. Ich bin safe. Und? Die Brogo, brauche ich die? Oder brauchst du die? Ne, ich würd's dir die jetzt erst mal geben, runterkommen und dann können wir weiter. Ich gehe jetzt schon mal in die Etage tiefer. Echt? Mit Brogo? Ja, mit Brogo. Soll ich ihn kurz ausmachen? Ne, ne. Soll ich dir das mal abnehmen? Okay. Soll ich dir das mal abnehmen? Okay. Okay. Hier gehts. Seil. Brauchen wir hier ein Seil? Okay. Ist schon geil. Starten wir durch da. Ich geh aber hier durch. Ja. Hey, ich dachte hier schön. Superman durch. Hier ist eine Treppe. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ausgang ist da unten. Und da ist Ausgangsseil. Ich hoffe, da hängt ein Seil. Ansonsten machen wir's ohne, oder? Weiß ich nicht. Pass auf, dass du nicht ins Loch fällst. Ja, geh ein bisschen vom Loch weg. Ich geh jetzt wieder nach oben. Ich glaube, das ist der Ausgang mit dem... Mit dem Loch? Ja. Okay. Ausgang, Seil. Ist hier. Da ist ein Seil. Ja. Ich bleibe es denn da hoch. Scheint zu halten. Scheint zu halten. Scheint zu halten. Scheint zu halten. Ja, easy, oder? Geht's da runter? Ja, schon. Tief? 2 Meter, aber das ist echt kacke. Ich glaube, hier rauszukommen. Also meinst du nicht? Ja, mir ist egal. Ich mach's auch. Weiß nicht wie. Ja, das sei dafür ist es da. Du kannst es draußen mitnehmen. Jetzt macht das ja auch Sinn. Du bist von unten, ja? Ja. Und wem gebe ich jetzt mein ganzes Zeug? Ich habe zwei Strahler, zwei Taschen und die Kamera. Du hattest nichts. Warte, es geht schon. Ich packe mal die Strahler ein. Nein. Ging doch aber klar. Bist du schon am nächsten Loch? Ich versuche mein Bestes. Ne. Da nicht, ja? Hier wollen wir nicht rein. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Rücken ist gut? Ja. Gar nicht. Perfekt. Ne, es hilft nicht. Aber es ist cooler. So. Ne, da jumpen wir jetzt nicht runter. Jetzt nicht. Ich denke mal da wird es noch einige Löcher geben. Komm, wir gehen mal rum. So. Aber an sich ein cooles Ding, oder? Ja, also wie fehlt es hier? Ich gucke mal auf mein Handy, Alter. Ja. Ähm. Wir müssen zurück. Sie haben vor einer halben Stunde geschrieben, dass sie 55 Minuten brauchen. Okay.